Ohne Bell, dass es einfach natürlich ausschaut, kann sich reindrehen, gut, wenn man weiter hinten ist, dass ich halt ein wenig ein Licht abbekommen, ich soll ich selber, ich selber soll ein Licht abbekommen, aber die Wand nicht, damit das einfach besser ausschaut, okay, ich darf nicht weit weggehen, weil ich, okay, also, ich muss hier von der Seite wegen Licht abbekommen, damit der Key einfach besser aussieht, damit das nicht zu stark ausbrennt, man kann natürlich auch einmal nur hinten die Wand befeuern, aber mal sehen, wie es dann ausschaut, wenn ich jetzt mehr die Wand befeuere, weil, einfach mal zum Testen, und der Test ist einfach, Herzlich Willkommen beim Key-Wettbewerb, hier die Spitze, das Licht könnte ich mir ledriger machen, und da muss man einfach schauen, in den hetzenden Sack, und hier, im Hintergrund, Kack, als Beispiel hier, und heute in München, geht der Bär ab, da steckt die Post, man könnte natürlich auch Live-Moderation machen, erleben im Studio, und heute in München, geht der Bär ab, da sind auch viele garantiert, wenn ich,awia nichtuet,